Über 11 Millionen Kilometer wollen wir diesmal schaffen beim Stadtradeln. Das ist die Rad-Challenge. Genauer gesagt, 11 Millionen, 66.639 Kilometer. So viele Einwohner gibt es auch in Baden-Württemberg. Das wollen wir schaffen. Wir als Verkehrsministerium fördern diese Aktion, weil Radfahren gesund ist. Radfahren ist schnell, ist praktisch und am Ende auch nachhaltig. Also, auf geht's mit Bahn! Und auf geht's!